hallo es geht heute um kategorien bei amazon du hast jetzt dein buch fertig und möchtest ein buch in kategorien einsetzen wie du siehst hier zum beispiel fantasy comics fantasy für jugendliche oder fantasy romane diese kategorien sind sehr wichtig damit dein buch bei amazon gefunden wird und du auch in ranglisten zum beispiel aufsteigen kannst wie du mehr und auch gute kategorien wählen kannst das zeige ich dir jetzt und zwar suchst du dir verschiedene kategorien raus indem du zum beispiel bei anderen buchautoren oder auch bei dir selber auf diese liste gehst ich zeige es dir im moment bestseller liste zum beispiel da siehst du dann unterschiedliche kategorien mitunter kategorien und wie die geklickt werden kannst du auch schauen wenn du dir kategorien ausgewählt hast die du gerne nehmen möchtest dann gehst du ins autorenzentrum du solltest dir auf jeden fall eine autorenseite anlegen das ist wichtig allein schon für fans die die stand verfolgen und deine bücher verfolgen im autorenzentrum kannst du auf kontakte gehen hier gibt es auch noch jede menge andere sachen die du machen kannst also du gehst dann auf kontakte aber es muss im autorenzentrum sein kontakte moment und hier siehst du jetzt die unterschiedlichen kategorien wo du anfragen kannst du gehst jetzt auf amazon buchseite und dann gehst du auf kategorien amazon kategorie und hier hast du dann jetzt schon das vorgefertigte formular da gibst du die isbn nummer von deinem buch ein die as in da steht alles drin und dann musst du dir die kategorien die du ausgewählt hast hier eintragen mit link am besten dazu so kann das dann aussehen also ihr gebt die kategorie an mit unter kategorien damit die das auch schneller finden setzte den link von dieser kategorie mit dazu und wenn ihr eine kategorie gewählt hat bei eurem buch die ihr dann doch nicht so gerne haben möchtet könnt ihr diese ebenfalls hier angeben und bedankt euch freundlich weil die sind sehr hilfsbereit und denkt dran auf jeden fall mit anzugeben isbn und beim ebook die is in damit die euer buch auch direkt finden ihr könnt auch wenn ihr andere anfragen habt unten noch dateien hinzufügen und dann bekommt ihr recht schnell eine nachricht also bei mir hat es das letzte mal 24 stunden gedauert da war alles schon erledigt also das ist ein ganz tolles tool was ihr nutzen solltet um euer buch besser zu platzieren ich hoffe ich konnte euch helfen gibt mir gerne daumen hoch